Die 5 Megapixel Profi Auto Überwachungskamera mit ihrem extrem lichtempfindlichen Bildsensor unterstützt eine Videoauflösung von 5 Megapixeln bei 30 Bildern pro Sekunde. Die Kamera kommt mit passendem Zugehör für eine einfache und schnelle Installation. Die Software lässt sich schnell und einfach installieren und einrichten. Auf die Kamera selbst kann auch per Tablet oder Smartphone zugegriffen werden. Bei dem 140 Grad großen Blickwinkel entgeht Ihnen kein toter Winkel mehr. Die Kamera kommt mit Optionen wie dem Videoalarm, mit dem man leicht Bereiche im Bild definieren kann, in denen auf Bewegung reagiert wird. Die Kamera überzeugt durch ihr gutes Bild bei Tag und bei Nacht, wo herkömmliche Kameras schnell versagen. Dank WDR können dunkle Bereiche im Bild leicht erhellt werden. Einen Link zum Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung.